Es geht auf die Weihnachtszeit zu. Weihnachtszeit ist Schaumweinzeit. Bei Schaumwein denken unglaublich viele Leute an Champagner, an Sekt, insbesondere in unseren Regionen. An Cava denkt bei Schaumwein fast niemand und Cava ist einer der klassischsten und langlebigsten Schaumweine dieser Welt. Bereits im 19. Jahrhundert entstanden, heute mit gemischten Gefühlen gesehen und ich möchte in dieser Folge ein bisschen Klarheit bringen, was Cava eigentlich ist, was wir qualitativ erwarten können, wie Classic Penedès und Corbinat so in dieses Schema reinpappen. Die sind uns in den letzten Jahren sehr viel häufiger begegnet. Gibt es so ein bisschen Verwirrung in den Begrifflichkeiten und ob das Zeug so cool ist für die Weihnachtszeit und für das Anstoßen in Richtung des neuen Jahres. Viel Spaß bei der ersten Schaumweinfolge von Einigen, die kommen werden. Willkommen zur Pino und Pizze Podcast Folge Nummer 109. Wir sind mitten auf dem Weg in die Weihnachtszeit. Ich habe meinen New Yorklings Weihnachtspulli rausgekramt. Überall riecht es seit Wochen nach Glühwein und Lebkuchen. Und am Wochenende steht natürlich auch der erste Advent schon vor der Tür. Die ersten Weihnachtsmarkte gehen los. Selbst hier bei uns im Dorf ist der Weihnachtsmarkt vorbereitet. Und was gibt es Schöneres, als in die Weihnachtszeit zu starten mit, nein, nicht Glühwein, sondern mit einem guten Schaumwein, der schon so ein bisschen auf die Festtage vorbereitet. An den Festtagen gibt es vielleicht auch bei dem einen oder anderen Schaumwein zu Hause. Und natürlich Silvester, Neujahr wird meistens mit Schaumwein gefeiert. Und wir in Deutschland, Österreich, wir kennen hauptsächlich Sekt. Ich glaube, die meisten von uns, die sich zumindest ein bisschen mit Wein beschäftigen oder vielleicht noch einfach zu viel Fernsehen geschaut haben, können die ganzen Sprüche Wo ist der Deinhard? Manchmal muss es eben Mumm sein. Und wie sie alle heißen, nachsprechen, weil es uns einfach reingehämmert wurde ins Hirn in den letzten 30 Jahren, schätze ich, in Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Und der Sekt hat genau aus diesem Grund in Deutschland einen ziemlich schlechten Ruf. Und ich habe mir gedacht, ich versuche mal, die nächsten drei bis vier Wochen euch so einen Überblick zu geben über die Schaumweinwelt. Die ist nämlich relativ komplex. Ich habe jetzt letzte Woche für den Kunden ein Schaumweinseminar für die Angestellten gegeben. Diese Woche ist mein Lieblingsseminar Sushi, Champagner und Co., wo es natürlich um das edelste Getränk der Welt geht, um seine ganzen Brüderchen und Schwesterchen und in Kombination mit Sushi sowieso absolut geniales Wine & Food Pairing. Und ich habe mir gedacht, es gibt hier Alternativen. Also es muss ja nicht immer Champagner sein, auch wenn das nun mal ein sehr, sehr edles Getränk ist. Es gibt viele Ecken. Es gibt Sekt, Winzer Sekt. Es gibt Cremence dieser Welt. Es gibt, selbst Prosecco funktioniert, Francia Corta. Und für heute habe ich mir mal Cava ausgeguckt. Cava ist vielleicht nicht jeden im Begriff. Der eine oder andere kennt es aus Spanien. Und leider Gottes ist die spanische Schaumweinwelt komplex genug. Und ich bringe heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Es gibt nämlich nicht nur die D.O. Cava, sondern es gibt auch noch Penedes. Über die haben wir letztens erst gesprochen. Das sind nämlich die, die zu 100% Bio werden wollen bis 2025. Und dann gibt es auch noch Corbinat. Und Anlass für diese Folge ist unter anderem, dass ich vor kurzem auf einer Weinwässer war, wo ich einen sehr, sehr guten Corbinat getrunken habe. Letzte Woche in dieser Angestellten-Schulung hatte ich einen D.O. Penedes mit drin. Und ich habe mir gedacht, viele kennen Cava vielleicht nicht oder kennen es und den Rest nicht. Und es ist manchmal auch ein bisschen undurchsichtig. Und heute bringen wir Licht ins Dunkel. Cava ist nicht der Ursprung, wird allerdings oft dafür gehalten. Also ihr wisst, ich mache gerne Geschichte. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Ihr habt ja schon mal gehört, in einer oder anderen Folge, dass Champagner gar nicht aus der Champagne kommt, sondern dass die traditionelle Methode, die Ursprünge eigentlich aus England kommen. Und die Schaumweinherstellung noch viel, viel früher, nämlich in Limu entwickelt worden ist. Damals als Methode Ancestral, heute begann als Petnut. Das, was wir kennen als das höchste Gut aller Schaumweine, ist die traditionelle Flaschengärung. Und die traditionelle Flaschengärung hält in den höchsten Qualitäten in allen Regionen der Welt Einzug. Also nicht nur in Europa, es gibt auch Cap Classic zum Beispiel, auch das ist traditionelle Methode. Und das zum Beispiel unterscheidet die Region Cava von vielen anderen Schaumweinregionen dieser Welt. Dort darf nämlich zum Beispiel auch die Methode Ancestral verwendet werden, also diese ursprüngliche. Aber dazu kommen wir später. Also, Cava war lange Zeit der Inbegriff für spanischen Schaumwein und für spanische Qualität. Das Ganze reicht ungefähr 150 Jahre zurück. Im Jahre 1872 hat Josep Raventos, den habe ich im April noch besuchen dürfen mit der Hochschule, also ihn nicht, aber seine Nachfahren, Raventos. Und der hat damals, 1872, die erste Flasche Schaumwein in Spanien auf den Markt gebracht, die nach der traditionellen Methode gemacht worden ist. Das heißt, es gibt eine erste Gärung, wo ein trockener Grundwein entsteht. Den packe ich dann in eine Flasche, packe dort nochmal Hefe und Zucker rein und es läuft eine zweite Gärung in der Flasche ab. Und wenn die zu Ende ist, habe ich quasi zwei Gärungen, die ein fertiges Produkt machen, da das in einem sehr kleinen Raum, in einer Flasche passiert, ist der Druck viel höher, die Qualität ist höher und die Bubbles, die wir dann drin haben, die sind viel, viel feiner. Das ist schon auch der wesentliche Unterschied, um es relativ schnell zu merken, welche Methode ist das, weil wenn wir dann Richtung Tank gehen, werden die Bubbles schon ein bisschen gröber und wer sich an klassisches Sprudelwasser erinnert, bei dem einfach das CO2 mit Druck drauf gepfiffen wird, das ja nicht wirklich eingebunden ist, das sind richtig grobe Bläschen und so könnt ihr euch diese klassischen Perlweine in der einfachen Stilistik durchaus vorstellen. Nur darüber wollen wir heute nicht reden, sondern wir sind bei der traditionellen Methode. Und Cava gab es damals als Begriff noch nicht, sondern es war im Endeffekt Schaumwein aus Spanien. Und weil sie natürlich wussten, wie das gemacht ist, die Champagne hatte damals schon verstanden, international sich zu vermarkten, hieß das bei denen Champagne oder Champagne. Das heißt, das war mit X geschrieben oder mit CH und dann A-M-P-A-N, Champagne. Das war alles. Das war noch nicht geschützt, sie haben das so verwendet und viele glauben heute tatsächlich noch, dass das quasi spanischer Champagner ist. Und dann haben die so 30 Jahre lang versucht, da sehr, sehr viel zu machen. Hauptsächlich war damals Penedesch, diese Kernregion, in der das Produkt entstanden ist, rot, rote Trauben dominiert. Und dann kamen wie in vielen Ecken dieser Welt die Reblaus Ende des 19. Jahrhunderts und hat dort sehr, sehr viel kaputt gemacht, zerstört. Und diese Region, Penedesch damals, hat sich dann gesagt, hey, wir könnten ja vielleicht weiße Trauben pflanzen und mal ein bisschen was anders machen. Eben, weil auch so Schaumwein vielleicht unser Ding sein könnte. Also haben die weiße Trauben gepflanzt und sind dann so nach und nach in diese Schaumweingeschichte eingestiegen. Damals alles noch konzentriert auf diese Region Penedesch. Und so 1904, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kam dann der König vorbei, König Alfonso, der 13. Hat die besucht und hat gesagt, Mensch, das ist ziemlich gute Qualität, was ihr hier habt. Wir sollten das Ganze vielleicht mal etwas intensiver verfolgen und da vielleicht das mal in die Welt tragen. Dann hat das Ding quasi so ein bisschen internationale Sichtbarkeit bekommen und das hat dann natürlich auch durch die Kriege ein bisschen gedauert und nach dem Zweiten Weltkrieg war es tatsächlich dann so, dass 1959 erstmals der Begriff Kava gefallen ist. Es gibt verschiedene Theorien, wo dieser Name herkommt, damit verschone ich euch jetzt. 1959 kam erstmals dieser Begriff ins Spiel und 1972 ist diese Machart quasi dann geschützt worden. Das Ding war, das ist so ein bisschen verlaufen dann wie ein Prosecco und es gibt ein ziemlich cooles Interview von dem heutigen Vorsitzenden des Colby Nuts, zu dem wir später noch kommen und Penedes wird das wir dann auch noch reden werden, die so ein bisschen die Herleitung, die Geschichte erzählen und er hat es ziemlich auch forsch auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ey, jeder hat damals Bubbles gemacht und irgendwann haben sie einfach alle in Spanien, egal wo das war, Kava auf ihre Flaschen geschrieben und als das geschützt worden ist, sind natürlich da ein paar mehr Regionen reingerutscht als diese Penedes-Regionen. Ich habe eine Karte gefunden, die das ganz gut zeigt, die ist von SOM TV, die auch die Filme damals rausgebracht haben und hier seht ihr die Main Kava Zones, also da, wo Kava überall herkommen darf und was ihr dann schon feststellt ist, stilistisch ist das alles flaschenvergorener Schaumwein. Da gibt es ein paar Regeln dahinter, das muss mindestens neun Monate auf der Flasche sein, das ist so ein Grundprinzip, das ist ähnlich wie beim Cremant, da ist die Lagerlänge gleich, auch mindestens neun Monate und wie ihr hier auf der Karte seht, also diese ursprüngliche Zone ist viel, viel größer, also hier gibt es die rote Region rund um Barcelona, das ist so die ursprüngliche. Es gibt noch welche, die gehen bis hoch zur Küste Richtung Frankreich, dann gibt es diese gelben, die entlang des Ebros sind, dann gibt es die Levante Zone, die ist weiter südlicher bei Valencia und dann gibt es noch die, nimmt es mir nicht übel, wenn ich es nicht richtig ausspreche, Almendralejo, das ist dann Richtung Portugal schon drüben, also das ist quasi über ganz Spanien verteilt und der Herr im Interview hat es relativ pragmatisch auf den Punkt gebracht, ja, die haben damals alle Bubbles gemacht und haben es Kava genannt. Und das hat zum einen natürlich dafür gesorgt, dass es sehr, sehr viel Produktion gab in Kava, dass es natürlich auch brutal unterschiedliche Stile gab, es hat allerdings auch zu viel Sichtbarkeit geführt international. Heute reden wir von 250 Millionen Flaschen Kava jährlich, die auch weltweit unterwegs sind, die auch für die Bekanntheit von Kava gesorgt haben. Zum Vergleich Champagner, Champagner, die Champagner, die Region macht ungefähr 300 Millionen Flaschen. Und flächentechnisch ist das ungefähr sogar das gleiche, also wir reden ungefähr von 35.000, 36.000 Hektar, die da in Summe so drunter fallen. Fakt ist, vom Volumen her sind die sich sehr, sehr ähnlich. Das Spannende ist, Kava hat dadurch natürlich, dass es überall produziert werden darf, dass unglaublich viele Großbetriebe dahinter hängen, auch sehr stark an Qualität eingebüßt und so ein bisschen am Ruf. Und wenn ich jetzt vielleicht mal das, was Großbetriebe markentechnisch geschaffen haben, ja, also Fröschenett ist ja ein riesen Konzern, der in Konglomeraten mit anderen Betrieben hängt, die haben dafür gesorgt, dass das Zeug weltweit bekannt geworden ist, die haben nun mal leider aber auch dafür gesorgt, dass es ein Bild von Kava gibt, das vielleicht da einzuordnen ist, wo wir den Rotkäppchen oder den Mumm oder den Deinhardt in Deutschland sehen. Im Einstieg. Also dieses Wort Sekt ist ja bei uns völlig verheizt. Wir versuchen es ja so ein bisschen mit dieser Begrifflichkeit Winzersekt wieder nach oben zu heben, zu sagen, das ist ein deutscher Sekt, das ist ein Winzersekt, das ist so dieses Crafted Product, also so handgemacht und mit dem Unterschied, dass man Sekt theoretisch auch im Tank machen kann. Nur die Kava-Region hat da eben auch, oder die Kava.deo hat da auch sehr drunter gelitten und sie versuchen das Ganze wieder ein bisschen aufzupolieren. Und dann gab es viele Versuche mit Kava, Kava Superiore, Reserva, was sie da alles versucht haben. Und irgendwann sind die Betriebe, die mit Herzblut dahinter standen, so ein bisschen unzufrieden gewesen, formulieren wir es mal zärtlich so. Und 2013 gab es die ersten Bewegungen, dass sich aus Penedès heraus die ersten Betriebe, die auch mal so, sag ich mal, auch geschichtlich wie Raventos zum Beispiel, eingesetzt haben für die Geburt von Schaumwain in Spanien. Die haben dann gesagt, das ist nicht mehr unser Anspruch an Qualität, wir gehen da raus. Und dann haben die gesagt, ey, wir gründen jetzt unser neues Ding. Ich verlinke euch den Artikel in den Schaumwainz, hier ist es ganz schön beschrieben. Da geht es im Endeffekt um die Gründung von diesem Klassik Penedès. Die Idee dahinter, eine neue Schaumwainqualität zu schaffen, eine neue Identität. Sie haben die Regeln verschärft, biologische Trauben dürfen nur mit rein, mindestens 15 Monate auf der Hefe, nur bestimmte Rebsorten und so weiter. Und das waren dann 14 Betriebe, die das gemacht haben. Und die Mengen, die dahinter sind, sind wesentlich kleiner. Also diese ganze DO Penedès, die macht nicht nur Schaumwain. Also wir reden von 16.000 Hektar, die diese Region betrifft, die unter anderem auch Stillwein machen kann. Und ungefähr ein Viertel geht auf Schaumwain. Also sagen wir mal so 4.000 Hektar ungefähr, sind dem Schaumwain verschrieben. Und da sind eben produzierende Unternehmen drin, die in den letzten knapp 10 Jahren sich mehr und mehr zu Penedès bekannt haben. Und das mittlerweile auch auf ihre Flaschen schreiben. Teil dieses Ganzen, diese Bewegung sind, diese eigenen DO. Sie dürfen nicht mehr Cover auf die Flasche schreiben. Und da haben sich auch die Großen eingesetzt. Es fällt immer wieder der Name hier von dem Herren, der verantwortlich ist. Concordio ist dieser Großbetrieb. Ich habe den Namen jetzt leider nicht parat. Aber der hat sich sehr stark damals dafür eingesetzt, dass die Betriebe, die quasi die Rebellen sind, dann nicht mehr Cover verwenden wollen. Das Interessante ist, die wollen das auch gar nicht. Also wenn ihr mal mit einem Penedès-Betrieb sprecht oder mit einem Corpina, zu dem kommen wir gleich noch, die wollen bewusst sich abheben von Kava. Kava ist ein cooles Produkt, wirklich. Das ist so für mich auf einem Level von einem guten Sekt, das ist auf Cremant-Level, wo es wirklich gute Preis-Leistungsprodukte gibt. Wir kommen gleich noch so ein bisschen zu der Abwägung, zu was sollte ich denn greifen. Für mich ist Kava immer noch ein gutes Preis-Leistungsprodukt. Keine Frage. Um Gottes Willen. Hier ging es mir eher darum, mal zu zeigen, was sind so die Bestrebungen gewesen, wo kommt Kava eigentlich her und wieso hat sich denn das so abgespalten? Weil Classic Penedès, was zu dieser DO eben auch dazugehört, ist so die Bestrebung der letzten zehn Jahre. Wir haben gehört, dass das alles Bio werden wird in der gesamten Appellation. Fakt ist, die Basis für die Schaumbeine ist heute schon nur 100% Bio. Und auch das kam in dem Interview mit dem netten Herrn raus. Der hat gesagt, wo, wenn nicht in dieser Region, sollen wir Bio sein. Der hat das als Gottesgeschenk bezeichnet. Und er sagt, wir sind am Mittelmeer. Ja, die Wiege der Weinkultur schlechthin. Wir haben so leichte Hügel, die sich so langsam Richtung Meer runter senken, wo quasi die Rebstöcke das Meer sehen können, immer wieder diesen regulierenden Faktor haben. Es wird nicht zu kalt, es wird nicht zu heiß. Je höher ich komme, desto höher wird die Qualität, weil da eben zwar tagsüber die Sonne ist, aber es kühlt nachts genug runter, dass die Säure die Frische in den Trauben bleibt. Und warum nicht Bio sein, wenn es uns hier quasi so leicht gemacht wird, wie nirgendwo anders auf der Welt. Und das traf für Classic Penedès zu. Und jetzt gab es eine zweite Bewegung, die sich so 2017 langsam rauskristallisiert hat. Dann ging es um Corbinat. Und Corbinat, wenn ihr mal mit einem dieser Betriebe sprecht, ich hatte vor zwei Wochen das große Glück, auf einer Weinmesse in Stuttgart mit einem dieser Menschen sprechen zu können. Das ist so, ich habe mit Matthias in dieser Folge 107 drüber, in der Folge 105 drüber gesprochen, über diese Crafted Wines, über diese handwerklichen Weine. Und wenn wir, also, haben wir auch versucht, eine Abgrenzung zu finden zwischen Natural Wines, das, was viele auch als tatsächlich unsauberes Zeug verkaufen, sagen, das Natural, das muss, oh nein. Also, hier reden wir von qualitativ hochwertigen, terrorbetonten, handwerklich gemachten Weinen, die eine unglaublich hohe Qualität haben und wo auch die Menschen einfach, die fühlen das, ja. Und wenn du das, also, als ich das probiert habe, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, das ist natürlich eine andere Preisliga, ja. Sondern Cava kriegt man hier zwischen 8 und 15 Euro vielleicht. Das ist so ein bisschen diese Cremant-Liga. Dann Penedès gibt es so zwischen 12 und 20. Gibt es sicherlich auch ein paar Ausreise, aber einer der größeren Bekannten ist Alberti Neuer. Da habe ich, glaube ich, nur eine Flasche im Keller. Classic Penedès. Und das liegt so um die 15, 16 Euro. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich habe den Preis nicht genau im Kopf. Aber das ist schon qualitativ einen Step drauf. Und dann mal so ein Produkt zu haben, was, keine Ahnung, 50 Monate auf der Hefe lag, was so dieser Ausdruck von diesem Corbinat ist, das kostet dann 25, 30 Euro. Aber das ist einfach ein brutal gutes Produkt. Und was noch dazukommt, wer sich da mal tiefer reinfuchsen will, ich will jetzt auch nicht zu wissenschaftlich werden oder sonst irgendwas, aber die haben eine unglaublich gut gemachte Webseite, diese Corbinat. Englisch, Katalonisch, Spanisch. Ja, gibt es alles dort. Könnt ihr euch mal in Ruhe eingucken. Für mich sind jetzt eigentlich diese Fakten hier mal ganz spannend. Was betrifft das? Also, biologische Trauben ist die Grundvoraussetzung. Das Zweite ist, es wird nur manuell gelesen, also Handlese, das haben sie sich sicherlich auch von der Champagne abgeschaut. Dann nur mit den Originalpressen, keinen hydraulischen Pressen und so weiter. Es gibt einen langen Aging-Prozess, also da reden wir von mindestens 18 Monaten. Und jetzt kommt das, wo sie sich auch so wesentlichen unterscheiden von Classic Pinedez. Sie haben nur die historischen Rebsorten. 90 Prozent, also sie lassen 10 Prozent Chardonnay, Pinot und sowas zu. Aber klassisch hier ist der Fokus auf den historischen, traditionellen Rebsorten. Das sind, wie auch beim Cava, Charello, Macabeo und Parejada. Und das sind so drei, insgesamt sind es zwölf, die hier zugelassen sind. Und das ist aber da, wo der Fokus liegt. Und was noch ganz Besonderes wichtig ist, die haben eigene Weinberge und die besitzen die schon sehr lang. Also wir reden hier, glaube ich, von 50 Jahre plus im Kern, was auch bei Classic Pinedez so der Fall ist. Und ohne jetzt hier weiter ins Detail zu gehen, also man merkt, ihr merkt hoffentlich von Cava, Einstiegsqualität, gut gemachte, traditionelle Methode. Classic Pinedez setzt eine Schippe drauf und Corbinat setzt nochmal eins drauf. Und wer das im Detail nachlesen will, die haben unglaublich gute Dokumente auf der Webseite. Hier habe ich jetzt mal die Seite aus ihrem gemeinsam abgestimmten Pamphlet, was sie damals auch gemeinsam unterschrieben haben. Also hier stehen jetzt die Rebsorten drin, die zugelassen sind. Macabeo, Parejada, Malvasia, Charello, Garnaccia, Monastrel, Chumol und Charello Rosado. Die letzten vier sind rote Trauben, die anderen vier sind weiße. Und zum Anteil gibt es auch noch Chardonnay und Malvasia de Sitches, das weiße, und Pinot Noir und Tripad als rote, die zugelassen sind. Und die aber nur zu 10%. Und wer sich damit beschäftigen will, das Dokument ist ewig lang, was ich aber geil finde, für alle, die das mit Videos schauen, schaut euch das an. Auf jeder Doppelseite, das ist immer Vorder- und Rückseite bedruckt gewesen wahrscheinlich, haben alle diese Gründungsmitglieder unterschrieben. Also immer jede zweite Seite seht ihr die Unterschriften. Also das ist quasi mit Blut unterschrieben. Wir stehen dahinter, wir sind da am Start und wir fördern das Ganze. Und wenn ihr das mal probiert habt, also sicherlich gibt es auch Cavas in dem Level, keine Frage. Bloß die wollten ja bewusst, so wie Klassik-Penedest, Jungs und Mädels auch, sich abheben von dieser Welt. Und hier ist eine sehr, sehr coole Karte drin, in diesem einen, wo man das ganz gut sehen kann. Ihr habt vorhin die ganz spanische Karte gesehen, wo die 36.000 Hektar so querbeet verteilt sind, wo ich Cover machen darf. Was wir hier jetzt sehen, ist dieser Ausschnitt nur südlich von Barcelona, wo die klassische Kernregion Penedest liegt. Das ist die gelbe, die ist ein bisschen schwer zu sehen hier auf dieser Karte. Aber das ist die gelbe, das grüne sind alles Teilflächen von Cava. Und die schwarze Region, das ist Corpinat. Und wenn wir jetzt mal das Wort Corpinat nehmen und zerlegen das, Cor ist das Herz, Pina ist so die etnologische Ursprungsbezeichnung von Penedest und Nath ist geboren. Das heißt, was hinter Corpinat steht, ist geboren im Herzen von Penedest. Und das sehen wir auf dieser Karte. Das heißt, das ist diese Kernregion. Die roten Fleckchen sind die Weinberge. Das ist das, wo sich quasi Corpinat abspielt und darin darf ich das entsprechend auch vinifizieren und produzieren. Also da entsteht diese ganze Magie. Und für alle, die das jetzt gerade völlig überrumpelt hat, ich versuche es nochmal in drei Sätzen. Also Cava, klassische Methode, traditionelle Methode, Einstiegsqualität, neun Monate auf der Hefe, verschiedene Rebsorten erlaubt. Dann Classic Penedest, nur die Penedest Region, 15 Monate auf der Hefe, also schon längere Lagerung, bestimmte Rebsorten, 100% Bio und dann noch eins obendrauf, Corpinat, 100% Bio, alles Handarbeit und eben 18 Monate Reife und nur die historischen Rebsorten. Und jetzt, die Frage kam mir auf bei der Recherche, wo ist das Problem? Warum geben sich Classic Penedest und Corpinat nicht die Hand? Das sind 14 und 9 Betriebe mittlerweile meine ich und vereinigen sich, um das Ganze einfach noch stärker nach außen zu pushen, zu tragen und gemeinsam so ein bisschen für die Qualität zu stehen, was sie ja heute schon tun. Das ist nur aus KonsumentInnen nicht so geil, weil es so ein bisschen eine Mischung ist. Die diskutieren gerade darüber, aber sie haben ein Problem mit ihren Rebsorten. Ja, weil Penedest möchte sich so ungern von Pinot und Chardonnay trennen, weil das halt doch die sind, die so klassische Schaumain-Geschmäcker befriedigen. Munkelt man? Ja, also es gibt ganz wenig News dazu, die man im Netz findet und bei den ein, zwei, wo mal so der eine oder die andere darüber spricht, heißt das meistens sehr, sie haben sich ein bisschen in der Wolle mit eben diesen Rebsorten, weil ansonsten 15 oder 18 Monate ganz ehrlich von den Qualitätslevels, in denen wir da unterwegs sind, da gibt es jetzt nicht viel in meinen Augen, wo ich sage, müsste man sich noch mal richtig streiten drüber bei den Rebsorten. Ist das halt schon so eine Sache und vom Gebiet her, sehen wir es selber, ist es relativ überschneidend. Also vielleicht sehen wir da in zwei, drei Jahren doch noch eine Bewegung hin, gerade wenn jetzt Penedest ja auch diesen Step geht mit der gesamten Region, so ein bisschen noch stärker Richtung Bio zu pushen, um alle Betriebe dort einzusammeln, die eben nicht nur Schaumwein machen, sondern auch Stillweine und vielleicht sehen wir tatsächlich in zwei, drei Jahren da noch mal einen Aufbäumen. Fakt ist, aus Marketingsicht fällt es denen natürlich schwerer, international sichtbarer zu sein. Wir sehen hier in Deutschland und in Österreich schon das ein oder andere Produkt aus Classic Penedest. Corbinat findet zumindest im Fachhandel, also in kleineren Minotheken insbesondere, schon in die Regale. Da könnt ihr was finden. Wenn ihr klassisch, sag ich mal, im Lebensmitteleinzelhandel, im Supermarkt oder ja, wenn ihr müsst, kauft es auch im Discounter, aber am liebsten wäre mir der Fachhandel, wenn ich ehrlich bin, auch qualitativ dann entsprechend ansprechender unterwegs, seid ihr wahrscheinlich klassisch mit dem Kava unterwegs. Und um das jetzt vielleicht nochmal so auf den Punkt zu bringen, was könntet ihr denn jetzt kaufen für die Feiertage, weil das ist ja der eigentliche Grundgedanke dahinter. Ihr fahrt mit einem Kava, der acht Euro aufwärts kostet, ist nie verkehrt. Und die meisten Marken, die es da halt so reinschaffen, sind Concordio oder auch Frégenet finden wir sehr, sehr viel. Da gibt es diese schwarze Flasche, das ist so 10, 12 Monate, 10, 12 Euro, der irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als ein Jahr oder zwei Jahre auf der Hefe war. Das sind schon gute Produkte, um Gottes Willen. Ja, das sind halt Produkte für den großen Markt, für den breiten Markt gedacht, die eine breite Zielgruppe ansprechen, wo entsprechend viele Flaschen dahinter stecken. Nur das sind gut gemachte Produkte. Wenn ich sage, ich möchte ein bisschen mehr in Qualität gehen, gibt es Kava-Betriebe, die sich durchaus zwischen 15 und 20 Euro bewegen, wo es aber natürlich schwer ist zu trennen. Ist das jetzt ein klassischer Kava oder ist es qualitativ hochwertiger Kava? Das heißt für euch, wenn ihr Qualität sucht aus Spanien, schaut auf der Flasche nach Deo Penedes, Classic Penedes, oder schaut nach Kopienat. Und das sind dann Flaschen, die zwischen 15 und 30 Euro liegen, würde ich mal sagen. Und da seid ihr im Fachhandel wirklich am besten beraten. Und es ist eine super Alternative, finde ich, preis-leistungstechnisch zu einem Champagner. Also selbst wenn ihr einen richtig geilen Kopienat kauft, der 26 Euro kostet, seid ihr weit unter einem guten Einstiegs-Champagner, den wir hier irgendwo kriegen können, der definitiv geschmacklich und qualitativ im Mid-Range spielt. Also um Gottes Willen nichts gegen diese großen Marken, die es alle weltweit überall zu haben gibt. Nur ein klassischer Mouet ist halt ein klassischer Mouet. Ja, ein klassischer Wöff ist ein klassischer Wöff. Total fein. Nur wenn ihr was Hochwertiges wollt, wo ihr das rausschmecken könnt, diese Liebe zum Detail, zum Produkt, diese Handwerkskunst, dann sind wir bei Classic Penedes oder Kopienat definitiv besser aufgehoben. In diesem Sinne, das war so der erste Step in Richtung, was gibt es Tolles an Schaumweinen, die eine gute Alternative zum Fest und auch zum Neujahr sein können. Ich trage euch das die nächsten 2, 3, 4 Wochen zusammen. Wenn ihr was haben möchtet, worüber wir quatschen sollen, herzlich gern, schießt mir das rüber, podcast.pinopixel.com Ansonsten gibt es wahrscheinlich nächste Woche dann die Cremant-Frankreich-Runde und die Woche drauf reden wir über Sekt oder Seltas. In diesem Sinne, habt eine wundervolle Woche. Wir hören uns am Samstag wieder mit dem Weekly Update. Bis dann. Ciao, ciao.